Herr Golenia, ist es nicht so, dass man gar nicht über einen längeren Zeitraum hinweg witzig sein kann? Stellen Sie sich nicht ab einem gewissen Zeitpunkt Abnutzungserscheinungen ein? Nein. Nein, sehen Sie, als Künstler muss man immer 100% geben. Stellen Sie es sich vor wie eine Zahnpastatube, die Sie gerade neu gekauft haben und nach dem Kauf reichlich benutzen, sodass sie sehr schnell leer erscheint. Aber, aber mit diesem vermeintlich letzten Rest kommt man noch sehr, sehr lange hin. Ich möchte nicht sagen Monate. Verstehen Sie? Ich bin diese Zahnpastatube.